Hallo, liebe Freunde der komischen Oper. Oder besser gesagt, der Opera-Move. Am 17. Dezember gibt es eine Premiere. Die Banditen von Offenbach im Schiller-Theater. Konzertant, halbszenisch, von mir eingerichtet. Und am 30. Dezember gibt es die zweite Vorstellung. Dann ist Schluss. Kommt vorbei. Lohnt sich. Schmissige Musik, großer Chor, tolles Orchester. Wahnsinnige SolistInnen. Tschüss.